Musik 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 Also Leute Ich mache gleich jetzt mein Handy an Ähm Gerade eben wo ich angemacht habe, stand nämlich dran End-Word wird aufgespielt Anscheinend habe ich ein neues End-Word drauf Oder ein Update, keine Ahnung, was auch immer Obwohl es ja nur 19 halt aus hatte Ähm, ein Pin habe ich schon eingeben Jetzt drücken wir mal auf OK Oder auf den Haken besser gesagt So, und dann Ja, noch sehen wir nichts, weil ich mobile Daten aus habe Aber Moment, Moment Ich habe nur noch einen Strich Von ähm Von der Kamera Und bevor jetzt der Akkuschlapp macht Schließe mal schnell Mein Handy an Ich stelle ihn mal da hin Ich bin da bescheuert Ich wollte mich gerade ans Handy anschließen, aber Die Kamera ist ja fast schon leer Nicht das Handy Handy habe ich nämlich über die Nacht geladen So, alles habe ich am Lade-Ding angeschlossen Wie seht's So, Kamera OK Auf jeden Fall machen wir jetzt Wir zusammen Ich habe seit 19 Tagen Nicht mehr mein Handy angemacht Ja Ähm 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 Jetzt sind noch alles drauf Na je Ja, muss mal wieder gucken Dass alles passt Nicht wundern, hier das rechte Ähm Das linke ist der Bildschirmarsch Das ist hier teilweise ein bisschen kaputt Da seht du die Relle Naja, egal Okay Ähm So, auf jeden Fall Ja, schon SMS gekommen Oh Gott Ähm Wunderbar, dass ich eine Benachrichtigung habe Wollen wir jetzt nicht sehen Nachrichten wollen wir jetzt auch nicht sehen Okay, jetzt wollen wir nämlich So, bitte Daten anmachen und Ich mache natürlich Ton an Und dann hören wir nämlich schön gleich Ich gucke kurz, ob ich Ton an habe Die Kleine tut und bimbelt und keine Ahnung was Wie blöd So Jetzt habe ich den Ton Bei Benachrichtigungs-Ton Bei Benachrichtigungs-Ton Habe ich denn Nix, auch cool Okay Warte mal, habe ich den Ton Benachrichtigungs-Ton Okay Also Leute, wir werden jetzt mal zusammen Mobile Daten anmachen Und dann mal gucken, wann alles reinkommt So, erstes an Aha Erste Nachricht Wer kommt nicht? Wahrscheinlich dauert es kurz Mir kommt der ganze Scheiß hinterher Aha Instagram kommt er schon Ich wundere es noch kein WhatsApp zurückkommt Aha Flirt App Ah, jetzt kommt Jetzt kommt WhatsApp, jetzt geht es los Nur eine Nachricht Okay, ihr habt ja gehört Das hat gerade auch getan Ja Ähm Ja Viele Nachrichten Ja, schon wieder Ich muss echt mal gucken Ich glaube Ja, ist ja gut Hallo Hallo Es hört ja gar nicht mehr auf Es hört ja jetzt auf Aber Leute, guck mal Es geht schon wieder los Nur 19 Tage Kein Handy an Und schon kommt so viel Scheiße rein Ihr hört es ja Non-stop Übertreibt mal Ich werde übertreiben, oder? So Rägt mich am Arsch Und ich hoffe, dass jetzt Ruhe ist Aber Leute, ihr habt gehört Aber Leute, ihr habt gehört Wie... Es geht wieder los Ihr habt gehört Wie viel Schrott da reinkommt Nur 19 Tage... Jetzt hört nie auf Jetzt hört nie auf Na guck mal, wie schön es war Ich hatte Ruhe Und jetzt? Nur 19 Tage? Und so viel Scheiße kommt hier? Mal ehrlich Leute Gib doch jetzt mal Als ob ich da ein Jahr weg wäre Okay, ich glaube jetzt ist es endgültig aus Jetzt ist die ganze Nachricht Alles eingekommen, glaube ich Naja, das war ich auch schon wieder Ähm... Ja, warte mal Ich muss mal was gucken Das soll ich vielleicht nicht fehlen Ich kann mal gucken, wie viele Nachrichten 13 Nachrichten What about 8 Chats Ah ja Na gut Das soll ich mal lieber nix Aber okay Ähm, gut Warte ich auch schon wieder Danke für's zu gucken Äh... Danke für's zu gucken Äh... Danke für's zu gucken Und bis zum nächsten Mal Ciao Bis zum nächsten Mal ... Ich bin ja *** Ich bin ja Ich bin ja seituntem Nie ich bin ja